Nämlich wir spielen ein bisschen auf dem auf dem das Gott so richtig Minecraft noch gewöhnt ich spiele ein bisschen deathmatch auf zu dumm ich bin ein bisschen deathmatch auf der map das 2 und ja ich werde ein bisschen versuchen hat so flex so hoch wie möglich zu halten das heißt also viele kills wie möglich mit dieser waffe zu erzielen und ich merke es leckt ein bisschen ich hoffe ich komme damit klar ja gut wenn man hier lower tunnel gehen oder da habe ich schon einen gesehen vielleicht können wir da auch kniefen hab ihn nice ah schade da hat er mich gekriegt mein gott da hatte ich keinen aim habe ich auch nicht negev die ersten paar male wollte ich aber noch mal kurz erzählen werde ich aber nur mit pistol spielen also die ersten folgen praktisch werde ich aber nur mit pistol spielen und danach kommen halt so waffen wie awp ak p90 ssg verdammt ähm ich glaub da hinten warte noch oh jo als ob der mich getroffen hat der dude da hinten aktiviert nach hören seit die gelebte na das hat ich keine money oder bin zu inkompetent gewesen jetzt bekommen wir drüber dass mehr punkte nicht gut jetzt habe ich die punkte gettet scheiße ist so dumm wenn ich laufe aber ja kommt gepusht mal es war wirklich pures luck ja gut da wurde ich noch gefragt ich mir den ruhig mehr zum mal haben schon bis jetzt fünf küls läuft noch nicht so hart bei uns was kann ich alles klar das kann sich immer noch ändern ich laufe einfach durch alle und so kleine nova spacken spacken und Nein, sch***! Aber ich wollte auch noch mal konkret sagen, dass meine Videos in nächster Zeit ein bisschen kinderfreundlicher werden, weil ich habe auch ein bisschen jüngere Zuschauer tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Da muss ich leider die Schimpfwörter wegpiepen lassen. Und ja... Ja, come on! 99,5?! Will das Spiel mich einfach troll?! Ja, come on! Muss dahin, go, 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 go! Ah! Alter! Sehr gut! Wie kühlt! Heute läuft nicht so hart bei uns. Oh mein Gott! Warum spielt er denn Auto-Sniper? Alter! Alter! Loll! Ich hätte ihm fast kniefen können, Mann! Den hole ich mir jetzt noch. Loll! Mann! Knief! 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 Boah, Junge, immer diese P90... Mann! Das ist nervig gerade. Ich bin in der Meinung wie... Mann, komm schon! Die Dubertas hat nicht so einen hohen Schuss... Äh... Warte! Am liebsten würde ich jetzt aber die Brunnswerfer nehmen. Aber das ist ja nicht Teil der Challenge. Nice! Jetzt wurde mir der Kill noch geholt. Jau! Sechs Kills ist richtig low. Jetzt habe ich ihn. Zum Glück. Wacht! Wöh! Loll? Do but...? Bitte mir nur bis jetzt schon ein Horaschooler. V-A-C Clined. L-O-L-E-F. Wahrscheinlich haben alle einen Foul-Ziehball. Jungs! Mann, komm schon! Das ist nervig! Ja, bei mir lägen einfach die Schüsse. Das ist einfach nervig. Null was? Nein! 96? Mann! Klaise Oh mein Gott, war das grad schlecht! Ich hab mit dem Knife nicht getroffen, oder? Doch, ich hab mit dem Knife getroffen. Knife! Ah! Nice! Okay, 8 Kills. Okay, 8 Kills. Ich möchte mindestens 10 Kills schaffen. Oh mein Gott, was soll die Sch***? Knife, knif, 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 knif. Den hab ich gesehen. Den Limmel. Den Boy, Mann. Guck es dir an, wie mir die Kills abgestaubt werden. Ah! 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 Schade. Hätte man ja versuchen können. Ah! Mann, komm doch einfach von hinten, Mann! Ist einfach sau nervig! Mensch! Ohne Witz! Hau rein! So, haben wir wenigstens nochmal einen Knife-Kill gekriegt? Ja, 9 Kills. Komm! Einen einzigen Kill ist noch möglich, oder? Ich glaube, das krieg ich noch hin. Ja, haut aber raus! Ich bin ein Pro! Ja, hast recht. Ich bin ein Pro! Ach, komm schon! Wie schlecht war das denn gerade von ihm? Er steht hinten... Alter! Er steht aber hinter mir. Und hat aber kein Name. Schlecht. Ist mir auch schon mal passiert, glaube ich. Nö, ich krieg den Kill nicht. Ein Kill, komm! Mann! Come on! Please! Nein, ich hab nen Kack-Spawn. Yes! Das war mein Kill. Nice. 10 Kills. 3 Sists. Schade. GG! Dann würd ich einfach nur sagen, was ist noch für die Heute-Goner? Ich hab ein bisschen mehr gefehlt als letztes Mal. Ja, gut. Ich hoffe, ihr hattet euch gefallen, wenn da ist einfach eine kleine, freshe Bewertung da. Wenn es euch die Videos nicht mehr verpassen wird, lasst na beide Leute! Ich wünsch euch noch einen schönen Tag! Und ciao!